Jetzt schön vorsichtig! Ne, die hatte ich schon geschickt, ne? Ja, okay. Erdstückstand, woran das wohl liegt. So, den sollen wir jetzt erledigen. Haben wir ja alles gelernt. Na, zack. Nicht übel, hätte ich nicht besser hingekriegt. So. Digga, wer ballert hier denn so laut mit der Mocke? Was ist hier passiert? Oh, ich hatte den Stand. Ist auch so gut, woran das wohl liegt? Achtung, da kommen noch mehr. Sind fast bei uns. Oh, das war knapp. Das war knapp. So, den hecke ich mal. Okay. Mal versuchen wir das. Was brauchen wir dann? 1C, 5,5 und 1C. Äh, 1C ist ja nur da. 5,5 und dann kann ich da okay. Was passiert jetzt genau? Aha. Kurzschluss. Ich glaube, ich mache einen Kurzschluss. Du Optik neuersterben? Was bringt das? Setzt die Optik des Ziel zurück und lässt es vorübergehend erblinden? Aha. Aber ich mache das, dann gehe ich hin und schalte den anderen aus. Da hat mir Langeweile, hm? Jetzt schon vorsichtig, ich bring dich um! So, scheinen die Waffe können. In der Mitte. Zack. Äh, jetzt müsste ich ja andere Waffen haben. Jetzt. Nur die. Ist soweit. Oh, und. Du hast ja so recht. Digga. Ich bin gleich wieder dabei. Digga. Digga. Genau zwischen die Augen. Du kriegst das hin. Volltreffer. Ja. Wie ist das denn jetzt passiert? Ja, lad den letzten Checkpoint. Ich habe das mit dem ersten auch noch nicht so verstanden. Dann müssen wir beide schnell hintereinander hintereinander umhauen oder umbringen. Das ist hier der letzte Checkpoint. Sonst entdecken die uns. Ja, komm. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Na, Lopp! Nehmt das, bender Horst! Da. Lass in die aus! Irgendwie wollte ich dir mal einen Rügen machen. Wir wollen doch die Zielperson nicht unter Beschuss heraubringen! Wir wollen doch den zielten oder eine Kuppe nehmen. Im Bereich von der Party. macht der reisekoffer hier fragt man sich in kopfschloss hallo kann man oder war noch ein doppelhörer aber wie kann man damit aber was verschlagen der raum in dem er ist hat ein balkon fenster links von uns ich mach das keine sorge ich mach das jungs jetzt wie ich das mache wir nehmen die waffe hier ok wir nehmen die waffe und die ich zeige euch jetzt gleich wie man das macht also erstmal machen wir wieder den schnellen kollegen und schläft nicht los hinaus da sind noch mehr scabs der laden muss sauber sein ihr wollt doch die zielperson nicht unter beschuss da rausbringen ich werde mal kugeln im rücken ich hab so recht war am boden ich krieg sein krumm war ein guter 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 nein warum kann ich ihn jetzt nicht umhauen warum ist das so einfach das so viel nicht los von schläft wenn wir weh das wird Eine Waffe fehlt uns noch. Eine Waffe fehlt uns noch. Ok, jetzt habe ich alle Waffen. Der Raum, in dem er ist, hat einen Balkon. Fenster links von euch. Gebt mir zwei Sekunden fürs Schloss. Boah, scheiße, dann beschlossen. Ok, jetzt kommen wir hier durch. Keine Bewegungen auf den Sensoren sichtbar. Ihr habt ihn erledigt. Die Luft ist rein. So rauskicken. Oh, gutes Bild. Seht euch um. Sie muss hier irgendwo sein. Ja, das ist hier auch vielleicht irgendwo bestimmt. Ich gehe jetzt einfach mal ganz stark davon aus. Das sieht da vorne irgendwie wie ein Kack. Das ist ein Gaming-Setup. Ich erinnere mich irgendwie an diesen Typen aus Spider-Man 2. Den allerersten Spider-Man 2-Filmen. Mit diesen Roboter-Armen da hinten. Das gleiche Prinzip, oder nicht? Nein! Was ist denn hier? Jetzt ist sie doch bestimmt. Das muss sie ja sein. Ich glaube, ich habe sie. Unsere Zielperson. Haben wir es geschafft? Lebt sie? Das wissen wir gleich. Schließ ihren Beoman an. Ich muss wissen, womit wir es zu tun haben. Oh, das sieht nicht gut aus. Zack. Sie liegt in einer Wanne voll Eis. Mit noch einem anderen. Fuck. Wie Fleischbrocken. Weiß dich zusammen wie. Wenn sie überlebt, erinnert sie sich an nichts. Winzige Narbe am Unterbewusstsein, das war's. Ich habe gehört, die Leute, die sowas erleben, kriegen Panikattacken. Ohne je zu wissen, warum. Du trinkst nur ein Glas Eiswasser und plötzlich fängt deine Hand an zu zittern. W. Schließ ihren Beoman an. Ich muss wissen, womit wir es zu tun haben. Ja, mach ich doch. Schließe an. Sandra Dossett. NC570442. Traumateam Platin. Platin? Scheiße. Die hätten auf den kleinsten Nieser reagieren müssen. Die haben ihr Transmittersignal gestört. Wir haben einen gehackten Bioman. Firmware Reconfig oder einen Neurovirus. Karacho. Du kannst das nicht sehen. Hier sind nur Wannen, Eis, Haken und Beile. Hm. Also Skogloucher-Hack. Was? Ich hab da ne Idee. Check den Neuropaar. Wenn da ein Splitter ist, zieh ihn raus. Der könnte den Bioman stören. Dann ziehen wir den mal raus in der Halle. Ich zieh ihn raus. Check den Bioman. Hat sich was geändert? Hallo Sandra. Falls du bei Bewusstsein bist, nimm jetzt die stabile Seitenlage ein. Eine Non-Evakuierungseinheit wurde ausgesandt und trifft in 180 Sekunden an deinem Standort ein. Der Bioman sagt, Traumateam ist in drei Minuten hier. Dein Premium-Plan legt 90% der voraussichtlichen Kosten deiner Rettung und Behandlung ab. Pobrecita. Holen wir sie aus dem Eis raus. Ja, besser ist. Bisschen komisch, wenn wir sie hier so drinnen liegen lassen. Äh, halt mir den Rücken. Ach, da kommt nichts mehr. Oh fuck! Herzstillstand! Wie? Sag mir, was da los ist! Ich bin aber grafisch, die Wasser tropfen so aus, als wenn das so, äh, Huppel wären auf der Haut, ne? Nicht so richtig viel Wasser. Ich glaube, scheiße, es hat geklappt. War wohl klapper. Ich habe nur eins, Frau. Schaff sie raus, Terrasse! Oha! Ja! Yo, mach ich! Was soll ich machen? Patientin auf den Boden legen! Ja, mach ich! Ich bin nur ein guter Bürger. Fünf Schritte zurück, jetzt! Boah! Muss mich ja nicht trotzdem wegschubsen, so, ne? Für dat ist ja wohl... Dat ist ja wohl ein unendlich, ein wegzuschubsen. TT-133 an Zentrale. Patientin NC570442 gesichert. Stimulanz wird verabreicht. Ah, shit! Wie geil, was war das denn jetzt? 800 Vibri. Was soll das, hell? War ich doch so nah rangegangen bin, oder was? Das hat wehgetan. Das hat ganz schön wehgetan. Das hat ganz schön wehgetan. Ja, noch mal ein Klo, Alter. Der Fahrstuhl bringt uns direkt zur Garage. Der Anfangsfahrstuhl, oder was? Waren wir hier schon? Ich kling mich aus. Wir sehen uns bald. Halt zu, Manor. Ich hab was zu erledigen. Kann ich deinen Wagen borgen? Hm. Ich hab ein Date mit Misty, und... Müsste ich... Müsste ich erst mal sehen, Misty. Müsste ich erst mal sehen, sonst kann ich's nicht einfach so gut. Aber gewöhn dich nicht dran. Du rettest mir den Arsch wie... Gracias. Soll ich dich nach Hause fahren? Halt mein Wagen, ja? Wär schon ganz angepresst. Ich bin hundermüde. Oh, fast vergessen. Du solltest Wakako anrufen. Sie sagen, der Job ist durch. Mach ich, mach ich, mach ich. Wakako Quadrada. Was ist... was ist dieses Wakka? Wie... Wie lief es? Wie lief es? Jetzt hab ich gefühlt den Joke. Sie werden's überleben? Hm... Weiß ich ja nicht. Einigermaßen ist es okay. Trauma Team hat sie uns abgenommen. Sie kommt durch. Wunderbar. Eure Bezahlung wartet schon. Ihr könnt sie jederzeit abholen. Auch sofort. Aber ihr wollt bestimmt erst mal nach Hause. Oder? Das NCPD hat Watson umstellt. Der Bezirk ist völlig dicht. Wenn ihr noch durch die Absperrung wollt, beeilt euch. Alles klar, wir beeilen uns. Hier ist es ein klassischer... Wir kommen später von dir vorbei. Angeglich hat das NCPD ganz Watson gesperrt. Wenn wir heute in unseren Betten schlafen wollen, beeilen wir uns lieber. So. Überlass mir das, Manu. Ich fahre. Lull, das ist doch mein Auto. Warum darf ich hier nicht fahren? Ist das hier das mein Auto oder oder was? Oh, Maschallah. Einfach der gute Fahrer. Mocker an, bitte. Ha? Gangster Shit? NCPD. Low Life. West Side. East Side. Uha. Ballert. Ich bin Mechaniker. Kein Mannschaft. Hm? Das musst du aber echt nicht. Da muss gar nichts. Außer man will etwas. Dann muss man dafür was machen. Das ist meistens so. Morgan Blackhand. Andrew Wayland. Adam Smasher. Von hier kommen Legenden. Auf jeden Fall Legenden. Digga, was sind das denn für Mega-Generators? Die haben Watson gesperrt. Schon vergessen? Ach, Shit. Stimmt ja. Bin ich oder? Ich wusste es. Was soll ich das denn sagen? Ach, ich wusste es. Der Mann hinter uns verfolgt hat. Kann ich hier schießen? Kann ich mal eine Waffe haben? Die Waffe. Die Waffe. Die Waffe. Ja, ja, ja. Waffe ziehen. Ja, mit Alt. Und zweimal schnell Alt drücken. Dann gehe ich wieder weg. Ja, ja, das gehe ich ja. Ja. Was ist der Punkt da? Jetzt fahr schon, Jackie! Lass, 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 Lass. Kann ich! Halt ihn ruhiger! Oh, einer noch. Festhalten Sie! Nein! Der ist davon gekommen. Schön. Zivilen ausgestaltet. Hab euch Aschlöcher! Ja, ich will doch... Ja, mach doch! Vengario! 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 Vengario im Leben! JoHAAAAa! Dein Baby ist arg zerkratzt. Das tut mir leid, wie... Ja, das finde ich aber auch echt nicht okay, ne? Schon okay, quiet, lass keinen Warten! Deswegen dach ich doch lass fahren. Wär doch alles gut gewesen. Waren, lieber Hirsch. So, ich glaube, da kommt noch eine Message, schätze ich noch hier, irgendwie Ah, warte mal, ich bin gleich wieder da Zack, da ist das Bild wieder Der komplett ausgelastete Scheiß hier in meinem System Und ihre Optiker, oder? Hört aus Gold, versteht, wie dringend ich zu meinem Mädchen muss Ihrem Mädchen? Sie wissen doch, wo ist sie denn eigentlich? Ach da, gut Ich meine, ich versuche ihr, ein guter Mann zu sein Sie gibt mir eine Chance Hm, ein guter Grund Das ist doch durch, Alter Kein Musterbürger, aber trotzdem ein guter Kerl Es ist doch locker wieder egal, was man sagt, man wäre doch durchgekommen Okay, dann mal los Ja, einen schönen Abend wünsche ich Ich weiß nicht, auf der anderen Seite scheint ja irgendwie unsere Wohnung zu sein und so Äh, dass man dann halt irgendwie auf der Straße schlafen muss die Nacht über Und er nicht zu der Mädel kommt und er ein bisschen sauer ist und so Wie mochte dich doch echt, oder nicht? Wie mochte dich echt? Meine Leidenschaft hat sie mitten ins Herz getroffen Genau Warum war nicht der Bazy am Start? Ich bin Leute, ein Typ für Beziehungen Mhm Und bescheiden, du weißt schon Naja, du bist hier bescheidendste Raus aus dem Auto! Na los, ich hab nicht eh nicht Zeit! Hose, guck mal, wie, vergibts aufs Maul Scheiße, sie sind hier! Sieht echt wie ne normale Festnahme aus Sieht halt echt nicht wie ne normale aus Und warte mal, da oben steht doch Max-Tag, steht doch da oben Die eigene Sondereinheiten Sie kommen, wenn was richtig aus dem Ruder läuft Aha Hoffentlich kommen sie nicht zu uns ey Ja das war's dann wohl, arme Schweine hatten keine Chance Ja das war's dann wohl, da oben ist ja mein Auto Das ist ja mein Auto, das ist ja mein Bazy auch und so ne? Ja das ist ja mein Auto, das ist ja mein Bazy auch und so ne? Das ist sympathisch Heels Warning Wegen Danke schön Grüß Misty von mir Oh rein Kumpel Bis später ne? Und viel Spaß mit dem Bild, Alter Was ist das hier für ein Plakat? Was ist das hier für ein Plakat? Heels Warning Smogel King Slow Blood Flow and Cause Impotence Okay Cause Impotence Das war mir nicht ganz bekannt Gut, ich schmökel nicht Ja, warum kann ich das Feld nicht umlaufen? Warum kann ich hier nicht ausrutschen? Für die Lokalnachrichten Die Gewalttaten lassen nicht nach in den Badlands Ne, das hab ich heute gemerkt ey Schießereien gab es entlang der 1, 166 und 101 Berichte von Augenzeugen weisen auf Konflikte zwischen den Clans hin Angriffe auf Außenstehende liegen hingegen im... Guten Abend, Night City Buck? Fast vergessen Ich kenne einen Netrunner, der dir helfen kann Gleich kommen die Details Wo komm ich jetzt halt? Ach, die kommen jetzt hier direkt Toll Was mich halt? Ich muss raus Seid ihr für Jungs Ja? Für nichts, ne? Yeah Manakoyo Was ist das Tor wohl irgendwie auf? Ist das meine Wohnung? Ja Ist das gut hier unten? Was ist los? Du sitzt da, als wenn du... Keine Ahnung Ich bin allzu gut drauf bist Meine Wohnung, okay Nehmen wir Ja Wo immer das ist Vielleicht duschen Erstmal duschen Belangt Sauber ist er So, abtrocknen Geht nicht Jetzt mal Gaming Aufbau Was ist das Hä? Okay, was kann ich hier machen? Aha Mega Medikament Chlor Kaufen Sie zwei Tickets und erhalten Sie das dritte gratis dazu Tausend verbreiten noch verfügbar Medikamente Reanimation Termine für Primäre Behandlung OP OP Gutscheine Blut Und so weiter und so fort Achtung Betrugswarnung Achtung Malware Malware entdeckt Ja, ja, ja Was geht hier? Was ist das denn? Spunky Monkey, Alter Trinken wir doch mal so einen Spunky Monkey, würde ich sagen Was ist das? Braucht trinken, aber Das ist auch nicht alle über das hier Warte Ein Knattern Was geht's mir ganz dahinter, ey Jaw具 Jawfully Ich will die Karte nehmen Was ist das hier? Burst Blut lebel Happen Wollte ich nicht hin ein Knitter nehmen? Ähn Eigentlich Moin Was ist das? Achso, das ist mein Lager Der Lager ist ein sicheres System, um Ausrüstung aufzubewahren Du kannst von allen verfügbaren Unterschlüpfen und Fahrzeugen aus direkt darauf zugreifen Und so weiter und so fort Inventar, Inventar, was haben wir denn hier alles so? Oh, jetzt haben wir mittlerweile eine Jacket Nehmen wir mal den hier, mit dem T-Shirt behalten Haben wir eine Cap Schöne Peace Cap, sehe ich mich mit Äh, Hoax Oh, schön schlüppi So, jetzt kommen wir doch der Sache auf näher Das So kann man doch rumlaufen So kann man doch rumlaufen Oh, hier haben wir auch noch was Äh 2,7er Panzer, ach guck mal Hä, was heißt denn das jetzt? Habe ich jetzt bei meiner alten 9,9 Panzerung drauf? Hä? Verstehe das nicht 5,9 Panzerung geht hoch 5,9 Panzerung geht hoch Hä, geht die jetzt hoch oder nicht? Verstehe ich nicht Oh, Quantano nehme ich auf jeden Fall mit Die kann weg, die kann weg Brauche ich auch nicht Die nehme ich so, nehme ich das doch Kleidung, brauche ich den, brauche ich nicht Hä, muss mal gucken jetzt, was besser ist Inventar Habe ich jetzt ein T-Shirt an, was ein 5,9 Panzerung hat So würde ich es jetzt verstehen Er wird es damit ja jetzt komplett hochgehen Sehen wir das T-Shirt an Jetzt gucken wir mal unsere Die hat 9,9 Panzerung Die 5,5 Und die 9,9, okay Die hat aber Art Das ist doch der Real Bus So würde ich jetzt sagen Lachen wir mal rum Machen wir die da hin Und das Katana da hin So kann man ganz gut rumlaufen So, dann haben wir das auch alles eingestellt Hier war ja nichts mehr Was anderes ist hier nicht mehr, würde ich sagen Was ist das? Mein Radio, okay 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 4